Mein Herz, hört uns vom Freude, wenn ich mich nicht irre! Wer sind die da? Mr. Hockens? Sind die gefährlich? Gefährlich? Und wie? Aber nur für Spitzgut. Das sind die berühmtesten Helden von allen. Das sind Finitu und mein geliebtes Greedon und Shadow. Na dann ist der da auch noch. Ich will uns jetzt sagen... Sehr! Schade, warte was, Greedons! Endlich sehen wir uns wieder! Wenn ich mich nicht irre... Ich freue mich, dich wieder zu sehen. Schön, dass ihr alle wohlbehalten seid. Ja, warum auch nicht?